Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Bundesliga-Blog. Und zwar geht es in den dritten Spieltag. Nachdem wir jetzt Länderspielpause hatten und Deutschland hervorragend gegen Schottland gewonnen hat, 2 zu 1, kommen wir jetzt zu den nächsten Spielen, zu der relativ frühen Saison, würde ich noch sagen, in der wir uns befinden. Und es gibt ein paar interessante Spiele auf jeden Fall, dieses Woche, dieses Woche, diese Woche, am Wochenende. Von daher fangen wir einfach direkt an. Leverkusen gegen Bremen ist das erste Spiel, Freitagabend, okay. Ich würde mal sagen, das wird jetzt nicht so mega spannend werden, da ist Leverkusen klarer Favorit. Und da sollte es meiner Meinung nach keine großen Überraschungen geben. Bremen ist auch nicht so mega gut in die Saison gestartet. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie eine großartig gute Saison spielen werden, Bremen. Aber schauen wir mal. Und ich glaube auch nicht, dass Bremen es schafft, hier auswärts bei Leverkusen auch nur einen Tor zu schießen. Also ich würde sagen, Leverkusen gewinnt hier definitiv zu Null und wird wohl auch nach diesem Spieltag die Bundesliga anführen. Dann kommen wir zur Samstagskonferenz. Da haben wir als erstes mal Bayern München gegen Stuttgart. Da glaube ich, wird es ähnlich werden wie Leverkusen gegen Bremen. Stuttgart wird auswärts nicht wirklich viel holen bei Bayern München. Die haben jetzt natürlich mit Xabi Alonso einen hervorragenden Mittelfeld- oder defensiven Mittelfeldspieler. Und ich bin gespannt, wann Benatia das erste Mal spielen wird. Vielleicht schon dieses Wochenende, vielleicht schon das erste Mal in der Innenverteidigung. Würde mich mal interessieren, wie er spielt. Ich denke aber, wenn er topfit spielt, dann sollte er eigentlich besser sein als Badstuber. Und dementsprechend sehe ich langfristig eigentlich eher Boateng und Benatia in der Innenverteidigung als Badstuber. Aber ich freue mich für Badstuber, wenn er spielt. Logisch, auch wenn ich seine Frisur ziemlich merkwürdig finde, die stehen auf jeden Fall nicht, diese kurzen Haare. Also, Bayern wird hier auch zu Null gewinnen gegen Stuttgart. Kommen wir zum nächsten Spiel. Der BVB gegen SC Freiburg. Freiburg, ja, Borussia Dortmund hat ein paar Probleme definitiv. Jetzt hatte ich auch noch Marco Reus verletzt, ist ja auch für die Nationalmannschaft wieder schlecht. Generell, man muss immer davon ausgehen, es gibt viele Weltklassespieler und dann gibt es noch so ein paar Ausnahmespieler. Dazu gehört zum Beispiel, ja, in Messi, in Ronaldo, in Ibrahimovic. Und wenn sie ihre Topform abrufen können, dann auch noch Robben und Ribéry, würde ich sagen. Wobei auch Ribéry, ich würde sagen, in den letzten ein, zwei Jahren mehr Schwankungen drin hatte als Robben. Robben war, denke ich, in den letzten ein, zwei Jahren etwas konstanter. Wobei man halt auch sagen muss, Messi und Ronaldo und von mir noch Ibrahimovic, das sind halt die drei Ausnahmespieler unter den Weltklassespielern, die eigentlich fast immer geniale Momente abrufen können, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber meistens ist es eben so, dass diese Ausnahmespieler unter den Weltklassespielern das Glück haben, dass sie einfach nicht so viel verletzt sind und deswegen das Potenzial entfalten können, was in ihnen steckt und sich deswegen so gut entwickeln. Ich glaube, Messi und Ronaldo, die hatten generell wenig Verletzungen oder vielleicht auch nicht so schwerwiegende Verletzungen. Bei Ibrahimovic, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt spontan gar nicht ein, dass er mal irgendwann verletzt war. Der war mit Sicherheit mal irgendwann verletzt, aber ich kann mich daran erinnern. Eine Robben hat man ja auch gesehen, war immer ziemlich häufig verletzt, wurde ja schon gesagt, er hat Glasknochen und nachdem ich das ein bisschen eingependelt hatte und er halt eben einfach weniger verletzt wurde oder eben verletzt war, konnte er auch besser seine Leistung abrufen und ist halt nochmal einen Tick besser geworden. Und bei Reus habe ich einfach die Angst, dass er jetzt durch diese ständigen Verletzungen seine Weltklasse, die er jetzt hat, vielleicht sogar verliert, aber vor allem halt in seiner, er ist ja noch relativ jung, und vor allem in seiner Entwicklung jetzt stagniert und nicht noch besser wird, weil Marco Reus ist, denke ich, ein Weltklasse-Spieler, der auch das Potenzial hat, ein Ausnahmespieler unter den Weltklasse-Spielern zu werden. Aber wenn er halt ständig verletzt ist, ist das halt ziemlich scheiße und ist halt auch einfach für Deutschland nicht gut und natürlich für den BVB logischerweise oder generell für den Verein, für den er gerade spielt. Aber gut, kann man nichts machen. Und Gündogan, genau das Gleiche beim BVB, war eigentlich auch davor, ein Weltklasse-Mittelfeldspieler zu werden, super jung noch, dann diese schwere Verletzung und jetzt muss man schauen, was los ist, wie sich das entwickelt. Badstuber ja eigentlich auch, kurz davor, ein Weltklasse-Innenverteidiger zu werden, verletzt zu belang. Und jetzt muss man schauen, ob er wieder ähnlich gut werden kann, wobei er wirklich sehr gut gestartet ist. Aber BVB hat natürlich Probleme mit seinem verletzten Reus, verletzten Gündogan. Gündogan hat jetzt wahrscheinlich schon wieder, ja, trainiert. Das heißt, wahrscheinlich, er hat schon wieder trainiert. Wann er jetzt genau spielt, ist fraglich. Reus fällt jetzt mindestens vier Wochen aus. Aber, tada, Kagawa ist da. Das habe ich schon seitdem Kagawa nach Manchester gegangen ist, habe ich schon gesagt, dass er jetzt zum BVB kommt. Und endlich ist er wieder da. Und eventuell spielt er schon diesen Samstag. Da hoffe ich doch sehr drauf. Kagawa, mein absoluter Lieblingsspieler beim BVB. Gefällt mir auch besser als Reus. Und ja, damals in den zwei Meisterjahren beim BVB war das einfach ein Traumspieler, dieser Kagawa. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe ihn immer noch. Und ich hoffe, dass er genau wieder so seine alten Stärken findet. Vielleicht sogar noch besser wird. Warum nicht? Von daher wird ein schönes Spiel. Wird interessant zu sehen, wie sich Kagawa schlägt. Ich denke, wenn Dortmund ja nicht aufpasst, könnte es hier nur einen Unentschieden geben gegen Freiburg. Oder vielleicht sogar eine Niederlage. Je nachdem, wie sich Freiburg reinkämpft. Das ist relativ schwer einzuschätzen. Ich denke trotzdem, dass es ein knapper Sieg für den BVB wird. Es sei denn, Kagawa trete komplett durch und auf. Dann wird es ein klarer Sieg für den BVB. Aber bei dem Spiel muss, denke ich, der BVB aufpassen, dass er da nicht gegen Freiburg Punkte liegen lässt. Und ja, Freiburg wird natürlich schwer für Freiburg auswärts. Aber ich denke, da ist was drin. Kommen wir jetzt zu Hoffenheim-Wolfsburg. Hoffenheim-Wolfsburg. Hm. Das ist meiner Meinung nach eines der ersten sehr interessanten Spiele. Weil ich denke, dass das so ein Knackspiel wird für Wolfsburg. Also die spielen hier auswärts gegen Hoffenheim. Wenn Wolfsburg, die meiner Meinung nach unter ihrem Potenzial bisher geblieben sind, wenn Wolfsburg hier auswärts einen guten Sieg gegen Hoffenheim einfährt, dann könnte das vielleicht so der Schub sein oder der Knoten, der platzt, damit Wolfsburg dann eine richtig, richtig geile Saison spielt. Wenn Wolfsburg hier auswärts gegen Hoffenheim verliert, dann wird das, denke ich, eine schwierige Saison für Wolfsburg. Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagt mir, dass das ein Schlüsselspiel für Wolfsburg ist auswärts. Und Hoffenheim, ja Hoffenheim, die sind sowieso noch im Aufbau der Mannschaft. Versuchen, oder ich sage mal so, die haben eigentlich jetzt schon eine gute, gefestigte junge Mannschaft, aber die sind immer noch dabei, was zu entwickeln in Hoffenheim. Von daher stecken die da auch eine Niederlage ohne Probleme weg. Also für Hoffenheim ist es egal, ob sie hier heimwärts verlieren oder gewinnen. Die wissen, was sie können, die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, dass sie noch arbeiten müssen, aber dass sie zumindest schon in letzter Zeit einen guten Weg eingeschritten haben. Eingeschritten? Ich kann heute nicht reden. Einen guten Weg eingegangen sind, aufgelaufen sind. Sagen wir mal so, die gehen in die richtige Richtung, Hoffenheim. Also für die ist es egal, ob sie gewinnen oder verlieren. Die werden das wegstecken, so oder so. Ich denke aber, dass Wolfsburg hier, weil sie eben mal einen guten Sieg brauchen, auch knapp gewinnen wird. Dann kommen wir zum nächsten sehr interessanten Spiel. Warum? Paderborn gegen 1. FC Köln. Zwei Aufsteiger gegeneinander, die ja in den ersten beiden Spielen sehr gut gespielt haben. Lustigerweise haben beide Aufsteiger schon in ihren ersten beiden Spielen gegen Hamburg gespielt. Paderborn hat Hamburg weggebums 3 zu 0. Köln hat immerhin ein 0 zu 0 geschafft. Und ja, jetzt spielen sie gegeneinander. Wie gesagt, starten gut in die Saison als Aufsteiger. Und ich glaube, je nachdem, wer von diesen beiden jetzt gewinnt, egal ob Paderborn oder Köln, da kann man auf jeden Fall von einem sehr, sehr gelungenen Auftakt sprechen. Ein Unentschieden wird ja wahrscheinlich beiden auch erstmal genügen. Aber natürlich möchte man gerade gegen den anderen Aufsteiger die Punkte mitnehmen. Leichtere Gegner sollte es zumindest in der Theorie in der ersten Bundesliga nicht geben. Dass vielleicht diese Saison Hamburg ein leichterer Gegner ist, dass vielleicht Mainz ein leichterer Gegner ist, dass vielleicht Stuttgart und Bremen Probleme haben werden in der Saison, kann natürlich sein, wird sich noch zeigen. Aber theoretischerweise sollten natürlich die Aufsteiger die leichtesten Gegner sein. Von daher wollen da beide Mannschaften die drei Punkte mitnehmen. ist, denke ich, auch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich sehe hier ehrlich gesagt wenig Vorteile. Also ich sehe ja gerade die Quoten, die angegeben werden. Da liegt Köln leicht vorn mit einer Quote von 2,45. Paderborn hat nur eine Quote von 2,95. Sehe ich jetzt eigentlich keinen wirklich großen Unterschied. Zumal Köln auswärts spielt, Paderborn zu Hause. Paderborn hat gegen Hamburg 3-0 gespielt. Köln hat gegen Hamburg nur 0-0 gespielt. Wobei Hamburg gegen Köln, denke ich, auch besser gespielt hat als Hamburg gegen Paderborn. Aber trotzdem. Also ich denke, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube trotzdem, dass hier eine Mannschaft gewinnt. Und ich würde sagen, Paderborn ist natürlich noch sehr euphorisiert von dem 3-0 gegen Hamburg. Plus Auswärts, äh Heimspiel für Paderborn und eben Auswärtsspiel für Köln. Also ich sehe hier einfach dieses 3-0 im Rücken bei Paderborn als guten Motivator und eben die Tatsache, dass sie zu Hause spielen. Also ich würde sagen, Paderborn gewinnt hier auch wieder nicht deutlich, aber nur ein knapper Sieg für Paderborn, würde ich behaupten. Ähm, kommen wir zum Spiel Herder BSC gegen Mainz. Ja, Mainz, sag ich, wie gesagt, die werden wahrscheinlich zu irgendeinem Zeitpunkt unten dran stehen und mit dem Abstieg zu kämpfen haben. Ob das die ganze Saison sein wird, werden wir sehen. Aber die werden auf jeden Fall eine sehr schwere Saison haben, aufgrund der Tatsache, dass vor allem der gute Trainer Tuchel weg ist. Herder BSC, ich glaube, die haben das Problem, dass Ramos weg ist, aber Lasaka ist zurück. Soweit ich weiß, ist Lasaka aber momentan verletzt. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob Lasaka diese Woche am Samstag schon wieder spielen kann oder ob er noch länger verletzt ist. Weiß ich leider gerade nicht, aber ich glaube, Lasaka ist verletzt. Und, oder Moment, spielt Lasaka nicht bei Hamburg? Moment, Lasaka war von Herder BSC ausgeliehen. Nach Hamburg. Aber die haben ihn wieder zurückgeholt, jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Okay, wir schauen mal nach. Lasaka. Ähm... Pierre-Michel Lasaka. Na, wo ist er denn? Hamburg hatte ihn letzte Saison von Herder BSC ausgeliehen und wollte ihn kaufen. Haben die denn ihn gekauft? Was? Bin gerade komplett verwirrt. Vereine. Hamburger SV? Ja, doch. Ah, fuck, man. Okay, hab ich gerade schönen Quatsch erzählt. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie dumm ich bin. Äh... Ja, okay, Hamburg hat Lasaka, aber Lasaka ist verletzt. Scheiß drauf. Eigentlich wollte ich natürlich sagen, dass Herder BSC Ramos nicht mehr hat, was natürlich ein großer oder schwerer Abgang ist. Und die haben auch kein Lasaka mehr. Verdammt, warum haben die denn Lasaka verkauft, wenn sie Ramos abgegeben haben? Die hätten doch Lasaka behalten sollen. Nein, naja, egal. Herder BSC, glaube ich trotzdem, die spielen zu Hause gegen Mainz. Die haben auch weniger Druck, würde ich sagen, als Mainz. Herder BSC sieht sich wahrscheinlich immer noch selbst ein bisschen als Aufsteiger, was auch richtig ist. Und dementsprechend würde ich behaupten, ja, die haben weniger Druck, die werden befreiter aufspielen. Mainz macht, denke ich, selber auch ein paar Probleme, weil sie eben ein anderes Umfeld haben und andere Erwartungen. Ich denke, mittlerweile sind dann einfach auch viele schon so weit, dass ich sage, wir wollen mit der Mainz langsam mal wieder Europa League spielen, was halt, ja, schon wieder verkackt wurde. Dementsprechend wird eine schwierige Saison für Mainz und die werden das Spiel gegen Herder BSC meiner Meinung nach auch verlieren. Kommen wir zum ersten Highlight, was die Namen angeht, in Anführungsstrichen. Nämlich Gladbach gegen Schalke, was dann Samstagabend stattfindet. Und ich würde sagen, letztes Jahr wäre wahrscheinlich Gladbach gegen Schalke ein großartigeres Spiel gewesen als dieses Jahr. Also weder Gladbach noch Schalke hat meiner Meinung nach so richtig geil überzeugt bisher dieses Jahr. Ist meiner Meinung nach auch so ein kleines Schlüsselspiel für beide Mannschaften, aber vielleicht für Schalke mehr als für Gladbach. Gladbach auch wieder einfach einen Tick schlechter als Schalke von den spielerischen Möglichkeiten her. Die stecken so eine Niederlage auch etwas besser weg, wobei eine Heimniederlage auch nicht so geil ist bei Gladbach. Aber wenn Schalke jetzt schon wieder verliert, auswärts, wird wahrscheinlich nicht so geil. Ich meine, die haben zwar dieses Unentschieden gegen Bayern München geschafft, was nicht schlecht ist, war aber auch nicht unbedingt verdient. Aber dieses Unentschieden wird, denke ich, nicht reichen, um dann eine Niederlage gegen Gladbach auszugleichen. Also wenn die jetzt hier verlieren gegen Gladbach, dann ist das Geschrei wieder groß auf Schalke. Dann heißt es wieder, wir brauchen einen neuen Trainer, bla bla bla. Ich verstehe auch nicht, warum in solchen Mannschaften wie Schalke 04, warum die das nicht gebacken bekommen, mal ihr beschissenes Umfeld in den Griff zu bekommen. Ist doch komplett nervig, wenn nach ein, zwei Spielen, wenn man mal verliert, direkt irgendeine Diskussion losgeht, wir brauchen einen neuen Trainer, der Trainer ist scheiße oder ein neuer Trainer kommt. Und bevor er richtig da ist, gibt es schon wieder Kritiker gegen den Trainer, dass der nichts drauf hat, der ist zu unerfahren, wir brauchen einen erfahrenen Trainer und so weiter und so fort. Die müssen das doch mal hinbekommen, ihr Umfeld zu beruhigen. Ich meine, wenn... Moment... Ich meine, wenn es in Mannschaften funktioniert, wie zum Beispiel beim BVB oder selbst Gladbach ist das nicht so schlimm und... Was für Zeit noch? Ja, Bayer Leverkusen geht eigentlich auch, also klar, natürlich gerade je größer der Verein ist oder je erfolgreicher der Verein ist, desto mehr Druck hat man auch. Aber selbst bei Bayern München würde ich sagen, ist es nicht so krass wie bei Schalke. Schalke ist wahrscheinlich am schlimmsten, was das angeht. Und das ist einfach nicht gut für den Verein. Ich meine, die hemmen sich dadurch selbst, die stören ihr eigenes Spiel, ihr Training damit, ihr Umfeld ist einfach nicht optimal. Aber gut, kann ich nichts dran ändern. Egal, ich denke trotzdem, dass Schalke gewinnen wird, knapp gewinnen wird gegen Gladbach, einfach weil sie mehr Potenzial in der Mannschaft haben und weil sie müssen und wollen. Die wollen natürlich. Ich denke Gladbach, Faber hat ja auch gesagt, schwierige Saison, sie brauchen Zeit und so weiter und so fort. Das heißt, die können es auch verkraften, mal zu verlieren. Ich rede hier natürlich, wenn ich sage, was ich denke, wer gewinnt und wer verliert, immer davon, was ich vom Spielerischen her denke, wer gewinnt oder verliert. Was ich hoffe, ist eine andere Sache. Also, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Gladbach gegen Schalke angucke, ich mag eigentlich mittlerweile beide Mannschaften ganz gern, Schalke und Gladbach, aber ich denke, ich bin trotzdem so ein bisschen, so ein Tick mehr Schalke-Fan. Also, nicht Schalke-Fan, falscher Ausdruck, ich bin so ein bisschen mehr Schalke-Sympathisant. Deswegen würde ich mich auch freuen, wenn Schalke gewinnt. Zum Beispiel in Paderborn, Köln. Da habe ich ja gesagt, Paderborn wird knapp gewinnen gegen Köln. Ich bin aber eigentlich mehr Köln-Sympathisant. Paderborn ist mir eigentlich momentan noch komplett egal. Interessiert mich überhaupt nicht. Und ja, aber ich denke, dass Paderborn gewinnt, obwohl mir wäre es lieber, wenn Köln gewinnt. Aber das nochmal nebenbei. Also nicht, dass manche Leute denken, dass sie aufgrund der Mannschaften, die ich als Sieger angebe, davon ausgehen können, dass ich dann Schalke 04 mehr mag als Mönchengladbach oder halt Herder BSC mehr mag als Mainz. Was ich hier zum Ausdruck bringe, ist nur meine laienhafte Meinung darüber, wer wahrscheinlich vom Spielerischen her gewinnen wird. So, kommen wir jetzt zum vorletzten Spiel. Frankfurt gegen Augsburg. Das ist ein relativ langer Block, aber egal. Frankfurt gegen Augsburg. Und zwar ist das das erste Sonntagsspiel. Da würde ich sagen, hat hier definitiv Frankfurt den besseren Start hingelegt. Und auch im Heimspiel mehr Chancen. Augsburg ist jetzt glaube ich momentan auch letzter in der Liga. Stimmt, ich wollte ja eigentlich mal auf die Tabelle noch mit zur Spaßes halber gucken. Das machen wir dann am Ende ganz kurz mal. Die Folge ist jetzt zwar schon mega lang, aber scheiß drauf. Gibt es ja nur zweimal in der Woche. Und der letzte Block, der letzte Bundesliga-Block ist ja auch schon Ewigkeiten her. Von daher passt es schon. So, ich mache mal kurz die Tabelle auf. Aber soweit ich weiß, ist Augsburg momentan letzter. Hamburg müsste vorletzter sein. Ja, genau. Also wie gesagt, Augsburg jetzt auch noch mit null Punkten. Frankfurt ist mit vier Punkten natürlich gut in die Saison gestartet. Da kann man nichts sagen. Ich denke, damit ist Frankfurt auch mehr als zufrieden. Und ich glaube zwar nicht, dass Augsburg lange unten steht. Also mir gefällt der Trainer sehr gut. Mir gefällt, was Augsburg mit ihren Möglichkeiten macht. Ich meine, sie waren eigentlich in ihrer Aufstiegssaison, waren sie ja quasi schon abgestiegen, haben noch gerade so die Liga gehalten. In der nächsten Saison waren sie fast schon abgestiegen, haben die Liga gehalten. Jetzt spielen sie quasi schon um europäische Plätze mit, wenn es ein bisschen besser läuft. Und ja, diese Saison schauen wir mal. Also ich denke schon, dass Augsburg nicht lange unten stehen wird. Und dementsprechend es nicht so schlimm ist, dass jetzt vielleicht der Auftakt verkackt wird. Für Augsburg wäre es natürlich gut, wenn sie jetzt dieses Spiel gewinnen würden. Drei Punkte im dritten Spiel, nachdem sie die ersten zwei Spiele verloren haben. Das würde erstmal sehr helfen. Ich glaube aber nicht, dass sie momentan eine Chance haben gegen Frankfurt. Die müssen sich vielleicht noch ein bisschen finden. Und ein Heimspiel bei Augsburg sollte da eher helfen. Also ich denke, Frankfurt wird ja klar gewinnen gegen Augsburg. Und Augsburg wird zwar dann erstmal komisch aussehen, ganz unten zu stehen, aber die kommen schnell wieder raus. So, kommen wir jetzt zum letzten Spiel. Hannover gegen Hamburger SV ist, denke ich, auch ein interessantes Spiel. Weil Hannover, ich weiß nicht so richtig, was ich von denen halten soll mittlerweile. Die haben jetzt zwar auch schon vier Punkte und dementsprechend ein Spiel gewonnen, eins unentschieden gespielt. Aber, keine Ahnung. Also, ich denke, Hannover 96 muss ich auch erstmal so ein bisschen finden, diese Saison. Aber, ja, ich habe eigentlich noch keine richtige Meinung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe zu Hannover 96 noch keine richtige Meinung. Ich denke, die müssen ich noch finden. Ich bin gespannt, wie so, ja, jetzt die nächsten ein, zwei, drei Spiele von Hannover aussehen. Ich bin eigentlich auch ein Hannover 96-Sympathisant. Als ich damals angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren, ich bin ja erst seit ein paar Jahren Fußballfan. Das war halt genau die Zeit, als Hannover gerade angefangen hat, Europa League zu spielen. Also, das war in der Zeit, wo Hannover, ich glaube, zwei, drei Saisons hintereinander Europa League gespielt hat. Zwei Saisons waren es, glaube ich. Und, ja, mir haben die Spiele schon teilweise gut gefallen, die die da gemacht haben, international. Und deswegen habe ich einfach so einen kleinen Narren an Hannover 96 gefressen. Aber, wie gesagt, ich kann noch nicht so richtig einschätzen, wo Hannover dieses Jahr stehen wird. Dafür brauche ich noch ein paar Spiele. Ich würde mich freuen, wenn sie sich wieder gut spielen. Mich würde auch freuen, wenn sie sich wieder schaffen auf irgendwelchen europäischen Plätzen. Aber da müssen sie natürlich auch entsprechend spielen. Hamburg. Mir tut es echt leid für Hamburg, mir tut es echt leid. Aber was soll ich sagen, Hamburg wird verlieren gegen Hannover 96. Die werden es wieder nicht gebacken bekommen. Scheiß auf Holtby. Also, ich mag Holtby. Nur nochmal so kurz, ne. Ich mag Holtby. Aber scheiß auf Holtby und alle anderen Spiele, die sie kaufen, die können da einfach nichts machen. Hamburg ist einfach so kaputt, ist einfach... Okay, Hamburg hat das schlechteste Umfeld. Schallgehalt von mir hat das zweitschlechteste. Aber Hamburg hat echt das schlechteste Umfeld, was die da... Also, da kann man sich nur an den Kopf greifen, was da los ist. Dass der erstens, dieser Mäzen die ganze Zeit, dieser komische reiche Sack da aus Hamburg, dass der erstens die ganze Zeit irgendwelche Scheiße erzählt, wie der Verein irgendwas zu handhaben hätte. Ich meine, dass er Geld reinpumpt. Okay, dass sie mit dem Geld nicht anfangen können. Okay. Aber dass er die ganze Zeit immer irgendwelchen Schwachsinn erzählt, dass da ja von außen halt irgendwelche Spieler schon wieder unter Druck gesetzt werden. Dass dann schlecht gemacht werden, dass dann andere internen Leute, Sportdirektor, wie auch immer, anfangen und quasi über die Aufstellung Entscheidungen entscheiden wollen. Das ist Sache vom Trainer. Also, geht einfach nicht in meinen Kopf rein, was dann Hamburg los ist. Die müssen... Die bräuchten auf jeden Fall mal ein... Ein, wie sagt man... Erneuerndes Gewitter. Das heißt, die müssen absteigen in die zweite Liga. Scheiß auf Dino, was soll's. Die müssen absteigen in die zweite Liga und da sich dann neu finden. So wie das Köln gemacht hat. Und bei denen sieht's momentan sehr gut aus. Die müssen sich neu finden. Weg mit dem Scheiß mit Zehn, der nur Kaka erzählt. Weg mit irgendwelchen merkwürdigen Leuten, die dem Trainer reinreden wollen. Junges, dynamisches Team aufbauen in der zweiten Liga. Ohne große Stars, ohne ein Thunderfahrt, ohne ein Holdby und so weiter und so fort. Viel auf die Jugend bauen und ja, irgendwas Neues aufbauen. Die müssen doch nur sehen, dass die Ära Hamburger SV, so wie sie früher, ganz, ganz früher funktioniert hat, schon lange vorbei ist. Das Einzige, was sie machen, ist, die schleppen halt diese Krankheit von einer Liga in die nächste, von einer Saison in die nächste. Es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Hamburg verliert gegen Hannover 96. Ob sie jetzt letztendlich absteigen dieses Jahr, weiß ich nicht. Aber gut wär's wahrscheinlich. Rein für den Verein. Sportlich gesehen, finanziell gesehen, ist es natürlich immer schlecht abzusteigen. Aber rein für den Verein ist es gut, denke ich. Also nicht für den Verein, sondern fürs Team, sagen wir mal so. Weil Verein ist ja auch Geld. Egal. Haben wir das geklärt. Extra lange Folge, muss auch mal sein. Dann schauen wir kurz auf die Liga-Tabelle. Wie gesagt, Bayern 04 ist Erster. Ich denke, das wird auch so bleiben nach dieser Saison, sage ich schon. Nach diesem Spieltag, weil die werden gegen Bremen nicht verlieren. Und die holen die drei Punkte und dann kann halt jemand vorbeiziehen. So. Dann als zweiter Platz Paderborn. Aber das liegt ja nur daran, dass alle vier Punkte haben. Das heißt, es gibt jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mannschaften mit vier Punkten. Darunter halt auch Bayern München. Und deswegen ist Paderborn Zweiter. Ich denke, die Tabelle wird dann nach diesem Spieltag nochmal ein bisschen interessanter. Dann wird das nochmal sich ein bisschen mehr rauskristallisieren, wer hier wohin gehört. Aber es ist natürlich noch so früh in der Saison, da kann man auch nicht viel zu sagen. Ja, München, wie gesagt, nur vier Punkte und nicht Erster. Okay, das ist überraschend, aber egal. Dortmund auch nur drei Punkte, einen Sieg eingefahren. Sind jetzt Achter, ist aber auch egal. Also ich denke mal, Paderborn bleibt nicht so weit oben. TSG Hoffenheim, dritter Platz, bleibt nicht so weit oben. Köln, vierter Platz, bleibt nicht so weit oben. Frankfurt, fünfter Platz, bleibt nicht so weit oben. Hannover, siebter Platz, keine Ahnung, ob das so bleibt. FC Bayern wird natürlich weiter hoch. Borussia Dortmund kommt weiter hoch. Dann unten nochmal Augsburg, glaube ich, kommt hinten raus. Hamburg wird bleiben. Stuttgart sehe ich auch unten. Hertha BSC, 15er momentan, wird denke ich weiter nach oben kommen. Genau wie Schalke als 13er wird weiter nach oben kommen und dann mal schauen. Ich denke, Werder Bremen wird noch weiter absteigen. Vom neunten Platz runter eher in tiefere Gefilde. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Die Folge ist lang genug. Wir beenden den ganzen Spaß hier. Es gibt dann am nächsten Dienstag wieder einen Nachbericht zum dritten Spieltag. Dann können wir ja schauen, inwiefern ich da recht gehabt habe. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, kommentieren, abonnieren. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Daumen. Und als abschließenden Spaß. Feuer! Feuer! Okay. In diesem Sinne macht's gut. Tschötschö. Was ist das?